Guten Morgen! Sich von Deutschland lösen und einen eigenen Staat auf deutschen Boden gründen klingt ja eine Schnapsidee, aber das Königreich Deutschland ist weit mehr als ein Hobby, sondern die Mitglieder des Landes sind teilweise wirklich komplett aus Deutschland abgemeldet und als nach eigenen Angaben souveränes Land anerkannt. Für mich war das komplett neu und ich war richtig überrascht und interessiert und habe mich umso mehr gefreut, dass sich die 3 Menschen aus dem Königreich Deutschland die Zeit genommen haben und meine Fragen beantwortet haben. Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem Interview. So wir sind wieder beim Rockhopspotlack und heute bin ich zusammen mit 3 Mitgliedern des Königreich Deutschland, habe ich das richtig ausgedrückt? Ja. Königreich Deutschland. Also bei mir, wo mir das gesagt wurde, habe ich gedacht, das kann nur ein Witz sein, aber dann hat mir einer seinen Personalausweis gezeigt und der unterscheidet sich. Willst du den Zeigen? Identitätskanne nennt sich das. Ach, senden sich natürlich nicht Personalausweis, weil das wäre dann… Wir sind ja kein Personal mehr, ne? Genau. Wir kommen ja gleich zu einer Ideologie, ich weiß ja überhaupt noch nichts vom Königreich Deutschland. Und wir haben dann wirklich hier einen richtig ordentlichen, nicht Personalausweis, sondern halt ID-Karte und da muss ich jetzt erst mal fragen, wer ist denn der König? Also wir haben eigentlich keinen König, sondern obersten souverän. Okay, okay. Also wir warten eigentlich noch auf den König, der eben das machen würde, wenn er dafür auch geeignet ist. Stell dir noch ein bisschen Zeit, was muss so ein König machen? Er muss zumindest die Verfassung vollständig kennen. Ja. Dann muss er mindestens das 40. Lebensjahr erreicht haben und dann muss er eigentlich noch zwei oder drei Prüfungen abgelegt haben. Und was sind das für Prüfungen? Naja, über das Finanzwesen und Ethik. Und uns ist auch jeder willkommen, egal welche Konfession, Religion oder ob du überhaupt an Gott glaubst oder nicht. Genau. Dann kommen wir erstmal zum Punkt. Die Ideologie. Was ist eure Ideologie? Eine freie Welt zu erschaffen. Eine freie Welt. Aber Königreich Deutschland zählt ja bis jetzt und ist ja abgegrenzt. Soll das die freie Welt dann auch Königreich Deutschland heißen? Ja, jetzt werde dein eigener König, sei es die Ideologie. Werdet dein eigener König. Selbstverantwortung übernehmen. Ja. Es geht eigentlich um die Eigenverantwortung. Bewusstsein. Wo man eigentlich Verantwortung hat für sein Leben. Und nicht die Verantwortung abgeben auf Politiker oder auf irgendwelche Parteien, sondern dass wirklich jeder für sich sagt, hey ich will mein Leben selber in die Hand nehmen. Das find ich cool. Ich geb die Verantwortung immer ab an jemand anderen, sondern… Und außerdem wollen wir ganz wichtig, ein zinsfreies Geldsystem machen. Ja. Weil Zins und Zinses-Zins… Die Problematik ist bekannt. Ja. Da ist auch, denke ich meinen Zuschauern bekannt und das ist natürlich eine Sache. Die Frage ist dann, funktioniert das nur aufgrund eines bestimmten Menschenbildes, wie ihr vielleicht seid und tut ihr damit Menschen quasi ausschließen, die eben vor allem egoistisch sind? Weil wenn Menschen egoistisch sind, dann funktionieren die in eurem System entsprechend nicht. Weil warum sollte ich jemand anders was geben, wenn ich dafür nicht mehr kriege? Das heißt, warum sollte ich ihnen zum Beispiel Geld geben, wenn ich nicht dafür irgendwie einen Zins kriege oder sowas? Also grundsätzlich schließen wir niemanden aus. Es ist jeder willkommen bei uns und natürlich ist da schon eine Vision dahinter, eine Ideologie, klar, dass da nicht jeder dazu passt bei uns. Aber grundsätzlich kann jeder mal kommen, sich diese Woche angucken, mal mitarbeiten, was für Bereiche wir haben, wir haben verschiedene Arbeitsbereiche und jeder hat ja auch Qualifikationen, Qualitäten. Also wir versuchen das ganzheitlich zu sehen, dass wir ja ein Organismus sind. Jeder, so wie die Mutter Erde ist ja auch ein Lebewesen und jeder von uns sollte wieder in seine wirkliche, wahre Identität reinkommen. Sich selbst erkennen, das ist eigentlich auch der Sinn. Nicht nur das Königreich jetzt, sondern jeder Einzelne eigentlich ist wichtig. Und warum braucht es dann ein Königreich? Warum könnt ihr nicht einfach ein Buch schreiben, wo das dann halt drinsteht und dass jeder sich selbst finden sollte? Oder Kurse geben oder sonst was? Warum ist jetzt so ein Königreich notwendig? Warum ist jetzt so eine Instanz notwendig? Und so aus der Souverän hat das eigentlich schon so ein bisschen provokant gemacht, mit Absicht eigentlich, auch aus dem geschichtlichen Hintergrund her, nicht aus der Nazizeit und so weiter. Dass die Deutschen, das deutsche Volk, das ist ja wirklich ein sehr friedliches Volk, das Recht schaffen und Arbeit durch Arbeitervolk, auch sieht man ja wie willkommen, wie die Flüchtlinge heißen, obwohl es auch immer ein bisschen negativ dargestellt wird. Also er hat einfach versucht, dass wir von dem Film nochmal wegkommen, so immer dieses Nazi-Königreich ist ja nicht immer was Schlechtes. Also das war eigentlich schon eine Provokation, aber dann zum Königreichsbank, weil man einfach mal zeigen will, hey, nicht jedes Königreich ist was Schlechtes. Das verstehe ich, das verstehe ich. Aber wenn ich die Grundideologie habe, dass wir alles ein großer Organismus sind und dass wir selbstständig funktionieren, möglichst wahrscheinlich ohne viele Regeln, sondern intuitiv wahrscheinlich, dann ist natürlich, wenn man dann sagt, Königreich Deutschland, das klingt doch dann sehr archaisch und sehr abgegrenzt. Aber wenn du dann sagst, jeder sollte sein eigener König sein, dann klingt das schon wieder ganz anders. Eigentlich wollen wir da ja auch wegkommen davon. Wir sind ja jetzt noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, wir brauchen kein Geld mehr, wir haben verstanden, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind alle eins und da sind wir noch weit weg davon. Das ist halt eine Übergangslösung. Das ist eine Übergangslösung. Aber damit könnte vielleicht der ein oder andere schon abgeschreckt werden. Ja, das stimmt. Also wenn ich das hören würde, was du mir jetzt an Ideologien gesagt hast, da muss ich sagen, das sehe ich genauso und das finde ich genauso. Wobei ich immer sage, der Mensch, die geistige Evolution des Menschen ist zurzeit im aktuellen Moment noch nicht so weit, um das umzusetzen. Aber man kann ja dann sowas initiieren, so eine Gemeinschaft, und die dann ausstrahlt. Und das ist interessant. Aber Königreich Deutschland, ja, also du hast mir jetzt gesagt... Da ging es am Anfang auch so, weißt du? Das war für mich schlusser... Kann man da nicht mit dem obersten Souverän mal reden, dass man das vielleicht irgendwie anders umbenennt, irgendwie sozialverträglicher? Das kann man auch alles kommen. Kann man machen, aber wir wollen auch Leute herziehen, die dann auch hinter die Sachen schauen. Nicht nur fast, Herr Königreich Deutschland, denkt man, ja, das ist irgendwie Nazi oder sowas. Wir wollen, dass die Leute auch dahinter schauen und dass wir auch die Leute... Nein, das ist schon richtig, aber du musst ja in erster Instanz die Leute erstmal dazu bewegen, dahinter zu schauen. Also es gibt ja auch durchaus tiefgründige Menschen, ich würde mich dazuzählen, die aber trotzdem durch den Begriff an sich... Weil du hast ja sehr viele Informationen, du hast sehr viele Gemeinschaften, du hast sehr viele Sachen, wo du dich informieren kannst. Und wenn dann irgendwo Königreich Deutschland kommt, dann denke ich, in erster Instanz, genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich initiiert, Königreich Deutschland, Nazis. Aber ich war auch neugierig, ja. Ich habe gedacht, komm, das guckst du jetzt an, das ist wirklich provokant. Was machen die, was geht's denn, weil für mich war das immer schon so, so jemand, der was anderes mit der Masse hinterher kommt wie so ein Schaf, sondern ich bin da neugierig, ich bin da immer offen für alles. Also ich kann dir nur empfehlen, mal auf die Internetseite www.königreich-deutschland.au... Ich würde das unten dann auch verlinken, da kann ich das draufklicken. Ja. Da drauf zu gucken und die Verfassung sich mal durchzulesen, was da so drin steht. Ja, ne, die Ideologie, aber ich meine, der Grundansatz ist ja eigentlich, was du sagst, soll ja dann wahrscheinlich nicht allzu viele Regeln enthalten, oder? Oder erstmal zur Anleitung... Eigentlich sind es ganz, meiner Meinung nach, Schöpfungsgesetze. Ja, die du eigentlich sowieso befolgst, wenn du die Natur erlebst. Genau, genau. Also nichts irgendwie total Schwieriges, das kann jeder, das machen ja viele schon eigentlich. Und wie sieht das bei euch aus mit der Ernährung, weil Natürlichkeit ist ja der große, die Frage, ist jetzt zum Beispiel, viele sagen, Fleisch ist natürlich, manche sagen, ne, Fleisch ist nicht natürlich, oder es ist Fleisch natürlich, aber es muss nicht unbedingt sein. Jeder darf essen, was er will, aber wir tun, wir tun uns eigentlich groß zu als vegan, vegetarisch ernähren, aber grundsätzlich... Aber wenn du Bock auf Fleisch hast, so wie ich stehe heute auf, boah, ich habe voll Bock auf ein Hähnchen, dann pfeifst du dir halt ein Hähnchen rein. Okay. Da wird dich keiner verurteilen, so. Okay. Also diesbezüglich gibt es denn keine, weil du gesagt hast, von Natur, von Schöpfungsgesetzen, gibt es keine Gesetzen, was die Ernährung des Menschen angeht? Nein. Die wird sich sowieso ändern. Wenn jemand bei uns ist, und wir ja eben grundsätzlich eigentlich, kann man sagen, uns vegetarisch oder auch vegan ernähren, dann automatisch rutschen die auch, ne? Also wir resozialisieren ja die Menschen sozusagen. Außerdem sind das ja alles Erfahrungen, die jeder selber machen muss. Und habt ihr da ein abgegrenztes Territorium oder, oder, äh, ja? Es ist ein altes Krankenhaus. Ein großes ehemaliges Krankenhaus, wo wir auch einen Garten angelegt haben, versuchen natürlich auch... Wie viele Leute, wie viele Einwohner, wie viele Einwohner, wie viele Einwohner hat das Königreich, Deutschland. Ja, Staatsbögel, wie auch immer. Auf dem Kerngebiet, auch auf dem Krankenhausgelände sind im Moment 16 Leute. 16, hm. Und, ähm, wir haben insgesamt, also in Deutschland, äh, so 900 Stabszugehörige, ne? Und dann über ihn. Ja, okay. Im Außen sind viele Menschen natürlich. Es gab auch schon mehrere Razzien, hat es versucht, äh, zu zerschlagen, natürlich, ne? Warum denn das? Was habt ihr... Ja, weil wir halt auch schon sehr viele Dinge bewegt haben und geschaffen haben, ne? Von Geldwesen bis Gesundheitswesen, und, und, und. Das ist denen natürlich ein Dorn im Auge, ne? Weil die merken, es wächst und wächst, ne? Ja, wir kriegen da langsam Angst, ne? Das wollen die ja, ne? Die wollen ja halt auch Sklaven. Da haben wir ja eigenes Gesundheitswesen. Genau, ja. Also, die Gesundheitskasse, wo... Wo ganzheitlich geheilt wird. Und nicht diese Symptombehandlung, so wie, von wegen, nimm mal die Tablette. Die Tablette weiß schon, was dir fehlt, und dann... Und was mich interessiert, wie steht, äh, ja, Deutschland dazu? Also wie, wie ist jetzt, äh, von euren... Ihr müsst ja wahrscheinlich trotzdem noch, habt ihr euch abgemeldet, oder, oder? Ich hab mich abgemeldet, ja. Komplett aus Deutschland, ja? Ich hab, man geht, man geht auf die Stadt, dann sagst du jetzt, ich geh in ein Nicht-EU-Land, ich hab die Schweiz gewählt. Und dann sagen die, was willst du da? Hab ich gesagt, es geht euch eigentlich gar nichts an. Dann hab ich gesagt, alles klar, wohin in die Schweiz? Hab ich gesagt, äh, Zürich. Und die, alles klar, kriegst du so einen Zettel, äh, Abmeldebestätigung. Aha. Und damit, das schickst du eine Kopie davon an die, an deine Krankenversicherung. Ja. Dann bist du nicht mehr zwangsversichert. Okay, ja logisch, du bist ja nicht mehr Deutscher, genau. Genau, so, und dann, ja, hab ich die Staatsangehörigkeitsprüfung gemacht. Bei dem Königreich Deutschland? Was allerdings wahrscheinlich noch nicht, äh, international anerkannt ist. Also das kann ich mir vorstellen. Die Polen haben uns schon anerkannt. Ja? Und der Putin weiß auch schon, dass es uns gibt. Okay. Und Paraguay auch noch. Und auf jeden Fall hab ich dann die Staatsangehörigkeitsprüfung gemacht. Da kriegst du eine Urkunde, dass du jetzt Staatsangehöriger bist. Und das hab ich dann mit meinem Personalausweis zurück an die, äh, äh, die Meldebehörde zurückgeschickt. Und, äh, da warst du kein Deutscher mehr. Dann bist du jetzt, äh, 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 äh. Ich bin jetzt Staatsangehöriger des Königs Österreichs. Ist aber auch scheiße. Kannst du dich nicht irgendwie nennen? Deutscher, Pole, Rumäne. Hast du immer so einen langen Text? Deutsch ist so ein Begriff. Also da weiß man auch nicht genau. Deutschsprachiger. Ja. Ach, das wird doch irgendwie dann... Na gut, okay. Dann müsst ihr euer Oberst entscheiden. Also mir war es eigentlich nur wichtig, dass ich nicht mehr Personal von irgendwas bin. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Das wird für vieles. Ja, also reizvoll klingt. Da brauche ich... Deswegen frage ich auch die Umsetzung. Gesundheitswesen, ihr seid 16 Leute im Kern, da wird es wahrscheinlich einen Arzt geben. Das sind alle unsere eigene Arzt. Weil du ja, wenn du bewusst bist, weißt du ja, was du... Das stimmt, ja. Was du, wenn du, äh, das und das machst... Also ein chirurgischer Eingriff, äh, das würde ich... Na das, da tun wir... Also wenn... Das geht ins Ausland dann. Na ja, nach Deutschland. Wir haben noch keinen Chirurg bei uns, der sich aufschneidet und irgendwas an dir rum... Nein, das ist toll. Ist ja auch nicht verwerflich in ein anderes Land zu gehen, nur weil die eine andere Leistung anbieten. Es geht darum, dass man in einem Land die Möglichkeit... Grundsätzlich ja nicht, wir verteufeln das alte Systeme, ne? Aber man merkt einfach, das sind so viele Baustellen, das bringt nichts mehr darum zu doktern. Sondern wir haben gesagt, ne, wir machen es komplett neu. Von Grund auf, wie man es auch beim Haus macht, komplett weg am besten und dann... Das stimmt. Genau. Wie gesagt, wir bräuchten noch Frauen, also... Wir haben bald ein Unternehmerseminar. Wir bieten nämlich auch selbstständigen Leuten an, ihr Unternehmen bei uns anzumelden. Mhm. Weil sie dann nämlich steuerfreie Geschäfte tätigen können. Keine Umsatzsteuer, etc. pp. Und dann haben wir mit dem Finanzamt nichts mehr zu tun. Genau. Ja, das ist halt die Frage dann für eine Anerkennung, wenn das anerkannt ist. Ja, das mit der Firmengründung läuft richtig gut. Ja, wir haben zum Beispiel... Wir haben da auch auf YouTube so ein paar Videos, wo so eine Maurermeisterin ist das. Die macht das schon seit zwei Jahren und die hat da ja einen Erfahrungsbericht abgegeben. Wenn da irgendwelche Kasperköpfe von Finanzamt kommen... Und wie... Ihr könnt ja nicht einfach sagen, ich bin jetzt hier Dings... Ihr habt das Land, das gehört ja eigentlich Deutschland. Oder wie seid ihr das im Gang? Ja, das ist ja eigentum. Das ist ja... Dieses Staatsterritorium... Neun Hektar, das ehemaliges Krankenhaus gelangt. Das haben wir ja aber auch praktisch schon. Also das ist schon... Aber selbst wenn ich jetzt Land erwerbe, mir ein Grundstück kaufe, kann ich doch nicht ein eigenes Land raus machen. Doch. Nein, du zahlst ja auch zum Beispiel Grundsteuer. So, jetzt halt jetzt zum Beispiel, wie müsst ihr Grundsteuer zahlen? Warum sagen die zu euch nicht, ihr müsst nicht Grundsteuer zahlen? Da muss es dann Grund geben. Wir haben uns durch Sitzsession nennt sich das. Kann man sich abspalten vom alten Gebiet und dann hat man ein eigenes. Also es geht schon. Also es scheint anscheinend wirklich zu funktionieren. Du musst die Gesetze kennen alle und das sind verdammt viele. Das funktioniert seit 2012. Okay, das hört sich irgendwie an, als wären das 16 Rechtsanwälte, die da sitzen. Weil das klingt natürlich schon ziemlich geil. Und ich werde auf jeden Fall mal auf der Webseite nachgucken. Ja, gerne. Du kannst ja gerne mal vorbeikommen. Wo ist das? Wittenberg. Wittenberg. Also gar nicht so weit? Ja, nur eine Stunde von hier. Kannst du auch übernachten, weil eine Woche... Und ihr sucht noch einen König, ne? Ja, wer weiß. Wer weiß. Und wie ist das mit den Entscheidungen? Kann auch Königin sein, also ist ja nicht so schlimm. Ja, ja. Wie ist das mit der Entscheidung? Die trifft da euer Oberst oder Oberste Souverän, wie ihr den nennt? Oder ist es demokratisch? Gemeinschaftlich. Gemeinschaftlich. Das Königreich Deutschland ist... Also direkte Demokratie quasi. Also es ist eine aufsteigende Demokratie, eine Organisationsform, eine Räterepublik, mit konstitutioneller... Ah, im Unterschied. Nee, oder... Ja, genau. Okay, ich bin politisch jetzt nicht ganz so gewieft, aber ich sag mal direkte Demokratie, wo ist der Unterschied zwischen dem, was du gesagt hast, und direkte Demokratie, das alle für alles bestimmen? Also den genauen Unterschied, ich bin jetzt auch nicht so der Existenz. Na gut, dann sagen wir da einfach mal direkte Demokratie. Jetzt sag ich mal, wer da zu euch hinkommt, oder wer sich dafür interessiert, wird sich ja da noch tiefer gehen. Also jeder hat schon was zu sagen. Es gibt jetzt keinen König, der sagt, die schließt jetzt nieder, die bläst mir ein, und dann musst du das machen. Nee, nee. Das ist schade. Dann wärst du gerne König geworden. Nee. So zu König, der jetzt als König angesehen wird, so im Außen halt, der lebt eigentlich am einfachsten von uns allen eigentlich. Der möchte doch gar nicht als König oder Obersouverän, King Peter, der Erste, will ja gar nicht angeregt werden. Nee. Deswegen, hört auf mit dem Königreich. Das ist, ihr habt so ne gute Idee. Das ist so geil klingt das eigentlich. Und wenn das wirklich realistisch. Ich meine, ich rede mit dreien, die wahrscheinlich eine rosa-rote Brille auf haben, die das mir so machen. Aber ich meine, es ist ja de facto, dass ihr mit dem Unternehmen, was jetzt gesagt habt, anerkannt wird und so weiter. Also irgendwo scheint das schön zu funktionieren. Es ist für manche noch abstoßend, aber auch für viele auch anziehend. Gerade Leute, die eben Geld haben und so weiter, die im Bereich nur auch ihr Geld da anzulegen. Wenn wir jetzt in so eine Hippie-Kommune wären. Achso. Ja, das stimmt. Also, aber wie gesagt, bei uns sind alle willkommen. Auch Hippies oder egal, was sie für... Aber wenn du jetzt sagst, ihr Geld anlegen, das klingt ja dann auch scheiße. Ihr sagt, ihr wollt kein Geld, aber dann doch schon für die, um die Substanz abzubauen. Aber wir machen ja, wir machen mit dem Geld ja sozusagen alternative Projekte. Wir machen das ja nicht für uns, wir machen das ja für alle. Freie Energie-Sache und 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 und. Genau, Freie Energie zum Beispiel. Dass wir ja für die Menschheit sozusagen einsetzen. Wir arbeiten ja aus dem Ego heraus oder handeln aus dem Ego heraus. Wir wollen ja wirklich was am Spielfeld sozusagen für Menschen, die sagen, ich will aussteigen, ich möchte anders leben. Ja, und jetzt ist die Frage, wie weit ist dann die Range? Wie frei dürfen denn die Leute denn leben? Weil es gibt ja gewisse Sachen, wo es dann, wo es die Meinung natürlich auch auseinander geht. Es fängt bei sexuellen Praktiken an. Ja, wir haben schon, in der Verfassung steht doch klar, dass die Sitte zu achten ist. Was ist die Sitte? Also da wird es bei mir eng mit König. Deine eigene, wenn ich jetzt eine Frau habe, mit der spreche ich ja drüber. Was möchtest du und was möchtest du nicht? Und wenn ich das überschreite, natürlich ihre Grenzen. Ja, ja, ja. Aber einvernehmlich ist bei euch alles erlaubt, bei der Sexualität? Naja, also ich meine die Freiheit. Damit alle beide damit einverstanden sind. Warum nicht? Ja, das ist der normale Menschenverstand. Aber es kann ja sein, dass... Was ist jetzt Kinderpornografie oder was ist diese Dinge natürlich? Das sind ja ganz... Das weiß man ja. Kinderpornografie. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber das stimmt. Wenn jetzt einer drauf steht mit Kindern. Na gut, Kinder können auch nicht frei entscheiden. Das ist ja auch so. Also wenn jetzt immer homosexuell ist... Ja gut, homosexuell brauchen wir nicht reden. Das ist klar. Aber ich rede an solchen Dingen, wenn jemand zum Beispiel das gerne möchte, dass ihm Körperteile abgeschnitten werden. Und äh... Oder dass er... Äh... Kannabalismus oder sowas. Kannabalismus oder sowas. Kannabalismus oder sowas. Das sind halt nicht erlaubt. Das zählt ja schon unter Schwarzmagie. Das ist ja schon so. Ja, aber ich meine... Ich meine schon nicht. Wir resozialisieren die. Wir nehmen die auf. Und dieses... Also ihr habt schon gewisse Grenzen. Ihr habt schon gewisse Grenzen. Ja. Ja. Natürlich. Das ist halt immer die Frage. Wenn Leute... Jetzt egal wie bizarrt das ist. Wenn Leute wirklich das für sich als normal empfinden. Ähm... Ja. Wie weit du dann sagen kannst. Nö. Das ist nicht normal. Das darf ja jeder. Auch im Gesundheitshaus zum Beispiel. Bei uns. Es gibt ja auch Menschen die rauchen noch zum Beispiel. Die können das nicht verbieten. Wenn er der Meinung ist. Er will jetzt noch unbedingt seiner Gesundheit schaden. Na gut. Das ist das... Genau. Wie hieß es eigentlich mit Drogen, Alkohol und sowas? Können wir ja auch nicht verbieten. Letztendlich. Also wir bei uns. Auf dem Gelände. Also sagen wir mal so. Auf dem Gelände ist halt Rauchverbot. Ja. Die Menschen die da liegen. Also Drogen und Rauchverbot. Und ähm... Ja ich meine. Also wenn jemand noch rauchen oder Drogen nehmen will. Dann soll er es anderen System machen wo es erlaubt ist. In Deutschland ja nicht. Ja. Aber das wäre eine Lücke. Wenn ihr sagen würdet. Wir haben ja so einen kleinen... Ja. Die ganzen Junkies. Aber wenn ihr wirklich souverän seid. Wenn ihr wirklich souverän seid. Könnt ihr ja nicht sagen. Das ist scheiße. Nordkorea interessiert das nicht. Das heißt wenn ihr dann wirklich souverän sein würdet. Wo ich immer noch... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde das auf jeden Fall recherchieren. Aber wenn das so wäre dann ist es ja scheißegal was Deutschland sagt. Da könnt ihr ja sagen. Bei uns ist Drogen allein. Ja aber noch sind wir nicht so groß sag ich mal. Um uns zu wehren oder so. Gegen diese... Es gab ja schon drei Ratten. Vier Ratten. Vier Ratten. Die letzte Ratten war ja so krass. Dass die die Existenzgrundlage von den Leuten die da dort gelebt haben. Völlig zerstört haben. In dem... Ein kurzer Weihnachten. Was heißt das? Die kamen und haben alles mitgenommen. Von Küche, Küche, Computer. Alles. Die haben sogar die Schlösser aus den Türen rausgeschlagen und mitgenommen. Alles. Die haben die Betten mitgenommen. Besen mitgenommen. Jetzt guckt ihr wer Weihnachten feiert. Hat viel Spaß. Krass. Und die Sicherung rausgedreht am besten. Aber das kriegt ihr irgendwann wieder wenn eure Unschuld bewiesen ist oder so. Tja einige von den Sachen wurden direkt nach diesen Übergriff sag ich mal. Zu Schrottplätzen geschafft und in Geld umgewandelt. Also die sind schon weg. Es gibt Sachen die sind verloren. Aber wo ist die Grundlage? Wo ist die Rechtsgrundlage? Wenn ihr theoretisch souveränen werdet... Das ist diese Illusion die die Leute in der BRD noch haben, dass das ein Rechtsstaat ist. Das ist aber gar nicht... Das ist nicht so. Das ist eine kriminelle Vereinigung im Grunde genommen. Weil es ist eine eingetragene GmbH. Die Polizei ist auch eine eingetragene GmbH. Die Bundeswehr... Aber eine eingetragene GmbH braucht mindestens 50.000 Eigenkapital. Ich glaube in Deutschland haben wir Milliarden von Schulden. Das ist ja egal. Wenn einmal 50.000 da waren dann könnten sie das Ding ja gründen. Fertig. Aber das ist natürlich schon sehr polarisierend. Aber ich verstehe natürlich was dahinter steht und ich kann das auch nachvollziehen. Ich fände die Idee einfach faszinierend wenn das wirklich funktioniert. Also das würde ich mir echt mal wirklich mal... Seit 2012 wurde der Staat gegründet und seitdem existiert das Ganze. Ja wie gesagt, was ihr mir sagt... Vier Razzien und es existiert immer noch. Auf jeden Fall werdet ihr ernst genommen. Das ist klar. Wenn Razzien sind, dann werdet ihr ernst genommen. Also es scheint schon ein geiles Projekt zu sein. Königreich Deutschland. Gibt es ähnliche Sachen in Deutschland noch, was ihr kennt? Gibt es nichts Gleichwertiges? Also ein paar kleine... Da wurden schon gegründet, aber die sind dann... Eingestampft worden. Ja genau. Da reicht dann eben nur eine Razzia und dann ist die Sache zu schlagen. Und um euch zu wehren, wäre zum Beispiel ja vielleicht auch bei einer Armee. Naja, also wir wollen jetzt hier keinen Krieg anfangen. Genau. Wir wollen ja parallel zum System eine friedliche Revolution. Wir wollen ja nicht sagen... Ey... Wir wollen ja nicht gegen was... Sondern wir sagen... Wir sind nicht gegen was... Wir leben das praktisch vor. Das ist eigentlich was grundweg Positives, wo ich nichts Negatives erkennen kann. Was einfach auch Vorbildcharakter haben könnte für die Leute, die euch beobachten. Und die müssen vielleicht gar nicht mal in euer Königreich eintreten. Aber ich denke mal, dass es in eurem Sinne, wenn diese Selbstverantwortung und dieses... Wie du sagst, der eigene Organismus und so weiter... Wenn es gelebt wird, auch außerhalb von eurem, ist das ja auch... Ihr habt ja eine Ideologie wahrscheinlich. Wir wollen ja nur zeigen, dass es alternativ funktioniert. Genau. Dass ihr so ein bisschen Projektcharakter habt, ist natürlich super, wenn das auch wächst. Das würdet ihr wahrscheinlich lieber wollen. Aber wenn es auch ausstrahlt, reicht das schon. Und da gleich die Frage. Habt ihr irgendwie... Ihr habt eine Internet-Webseite? Habt ihr einen YouTube-Kanal oder so? Immer mal einen Knopf oder sowas? Ja, wir können ja auch... Facebook auch, Twitter... Was es da nicht alles gibt. So... Und kann man... Was haltet ihr davon? Von der Grundidee der Umsetzung und der Zukunftsprognose? Könnt ihr euch vorstellen, ins Königreich Deutschland zu wechseln? Ich bin total gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut. Euer Christian. Ciao. 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 Ciao.